Jetzt mit unserer Macht kann uns gar nichts mehr passieren. Also haben sie halt nur ein Heilmittel für ihre Tochter gesucht und sind darauf auf das gestoßen. Ich komme für dich! Blast ihn! Was ist das? Was ist das? Was ist das? Hä, wo ist er denn? Hä? Okay, die Brücke ist im Eimer. Äh, muss ich da lang mit dem Fahrschwimmfaden da? Ich glaube, ich muss diesen Weg gehen, ne? Hier kommt man nirgendwo mehr lang. Loki muss sterben. Es sind zwar eigentlich mehr als neun Welten, aber egal. Ja. Wahrscheinlich für das Spiel so ein bisschen angepasst. Jetzt haben wir einmal geschossen, wir haben nicht zweimal geschossen, aber wir haben nicht mehr so viele Batterien, oder? Oder haben wir unendlich? Bis zur Unendlichkeit und noch viel weiter! Ja! Ja! Und dann, du bleibst! Gib mir deine Seele! Gib mir deine Seele, verdammt! Erstmal speichern. Jetzt verkrümelt sie sich, ne? Blöde Luki. Wo bist du? Komm her! Gib mir deine Seele! Du bist nutzlos! Luki, Luki, Luki! Hopi, wanken, Luki! Seele! Her damit! Kann ich auch noch laden? Nein, geht nicht mehr. Auf mich anzurümpeln! Ja, ja, schön für dich. Todeshändler! Voll gut! Gib mir mal deine Seele! Aber kriegen wir noch mehr Batterien? Weil ganz voll ist der Arm ja nicht, ne? Mit diesen Dingern. Walter! Gib mir mal! Fuck! No! My precious daughter! Don't do this! The gods of Asgard did whatever they wanted. They used the giant to build the animals, only they could travel between the walls. They made big for themselves their playing field. I simply evened it. With nine realms, and you, a new world can sprout, untouched by their meddling. Don't listen to me! I see that your mind is corrupted by my vampires. This can only end one way. Das kann auf einer Art enden. Schon wieder? Alter! Das gibt's doch nicht! Sehen wir jetzt wieder in diesem Kreis? Wieder in ihrer Welt. Oh, Bossfight! Bossfight! Äh, was? Wird das jetzt ein riesen Scheißhaufen, oder was? Äh! Äh! Was bist du denn? Oh, küss mich! Was? W-was? Was? Äh! Warte mal! Treffe ich, treffe ich nicht. Aua, Alter! Oh, Ehre. Muss mal eben aufladen, warte mal. Ja! Ich muss da erst mal hinkommen. Ja, ich treffe das gar nicht. Muss aufladen, warte mal. Suchmodus aktiviert. Äh, aber auch sobald ich näher komme. Hä? Hä, ich treffe... Hä? Hä? Ich verstehe das Ganze noch nicht so ganz. Ah, warte mal. Oh, da muss ich zielen. Oh, das ist ja so doof gemacht, ne? Das ist ja mit dem Zielen, das ist ja ein ganz anderer Schuss. Das ist irgendwie ganz blöd. Ja, ich glaube, so ist das. Ja, wo sind die Augen? Ja, da. Schau in meine Augen, Kleines! Aua! Das war unfair. Das gilt nicht. Aber das gilt nicht. Du hast mich gar nicht gesehen. Das zählt nicht. Und nun? Ach, wieder dasselbe. Die andere Seite. Äh! Ernsthaft jetzt diese scheiß Würmer? Really? Boah, Alter. Das kann ich jetzt gar nicht gebrauchen. Alter, diese scheiß Würmer. Muss ich's dreimal machen? Wahrscheinlich, ne? Natürlich, die Würmer. Natürlich, die Würmer. Geh' weg, Wurm. Ach, Fahrer, zieh dich doch, Mann. Da, hör auf zu zielen, Mann. Ich bin so proud of you. Oh, my dear, you have come so very far. All on your own accord, you are true of my daughter. Say him! Help! Kill the bastards! Listen to me, listen to me, listen to me. The nine worlds are collapsing as we speak. If I am dead, then there will be nothing to control it. No gods, no kings. Only dying mortal races, clutching for survival in chaos. But I, I know how to control the new, united world. Here, will you make a pact? You and I, to rule together with this new world as father and daughter. Belkin is a lunatic. I wouldn't trust him for the entire world. Kill him, Hell, and rid us from all of his corruption. Oh, nein, entscheiden? Ernsthaft? It cannot be broken. If you take my hand, then we will equally share this world until the end of time. And I will never harm you again. The world can become magnificent again. Hell, and only if we work together. What are you doing? Destroy him! Think of all the suffering that you can stop with my power. You will wait to the people of the nine realms. Take my hand. Take my hand. It's done. What will happen now? You know, Loki wasn't wrong about the chaos this will bring to the world. The nine realms will in time grow into one. Loki's plan was a success. But he will not be allowed to rule the new world he created. That alone puts my spirit at rest, I guess. What will happen to everyone? What will happen to everyone? In Mediard? Oh, I suppose Mediard isn't a thing anymore. The people will endure great suffering with these changes, but humanity will prevail. We always have. What I want to know is, what are you going to do? Helheim busted your will now. With the realms united, there were the little stopping you. You could bring order to the chaos now. Perhaps, in due time, the dead will walk among the living. We'll see. In due time. fucking chaos. Get back now. Fuck you. Why are you not saying anything anymore? Detend me any more. Youagar, creator, 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 creator or, creator, 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 cũ,V الب男s, creator, Tamar, creator, creator, and his listener. Untertitelung des ZDF, 2020 Die ZDF, 2020 End of Gods Gerne, Gerne, Gerne Ja, Gerne Sehr Gerne Father, wake up! The optional has started Fimbo Winter, and Helheim has awakened from its slumber. Awaken Odin, and get my hammer. We have to pay a visit to Helheim again. War ein sehr schönes Spiel, wie ich finde. Sehr, sehr cool. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ob da wohl ein zweiten Teil von kommt? So jetzt nach dem Ende? Also, ist förmlich so, ne? Also wirkt förmlich irgendwie so. Kann es sein, dass man hier die Sachen kriegt, wenn man die ganzen Collectibles sammelt? Wahrscheinlich, ne? Beende das Spiel auf Gott. Sammle alle Sammelgegenstände. Ah, hier, okay. Spiele auf Gott, Spiele auf Gott, Spiele auf Gott. Auf Berserker, auf Berserker, auf Berserker. Also, auf Wikinger, okay. Alle Sammelitems kriegt man dann nur das eine hier. Das Konzept Art 19. Okay, ja gut. Das war, wie gesagt, Absalom, End of Gods auf YouTube. Danke fürs Zusehen. Wir sehen uns dann, Denise, wieder.